Manche Touristen Hallo! Amika? Ja? Wo steckst du grad? Ja, ok, ich hol die Krankenbahn und auch getestet. Ja, ok, ja, das finde ich auch. Wir müssen das hier ver... Hey Vanessa. Vanessa, wie geht's dir? Wir haben ein Geschenk für dich gekauft und ich stell's dir mal auf den Tisch. Vanessa, kapier's doch? Es war nicht deine Schuld. Ich verstehe das. Vanessa! 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 Vanessa!